Was ist Konjunktivitis? Konjunktivitis wird häufiger als Pinquei bezeichnet. In diesem Zustand entzündet sich das Material, das den weißen Teil des Auges bedeckt und die inneren Teile des Augenlids auskleidet, die sogenannte Binderhaut. Diese Entzündung führt zu übermäßigen Zerreißen, Schmerzen und Juckreiz. Die Erkrankung wird meistens durch eine Virusinfektion verursacht. Es kann auch durch bakterielle Infektionen oder Allergien verursacht werden. Es gibt seltene kausale Faktoren bei Neugeborenen und 3-4 Wochen alten Säuglingen. Zusätzlich zum Zerreißen können diejenigen mit Binderhautentzündung feststellen, dass ihre Augen weiße oder ergebliche Flüssigkeit ausscheiden. Die Person stellt möglicherweise fest, dass sich die Wimpern beim Aufwachen am Morgen aufgrund dieser Flüssigkeit zusammengeklebt haben. Der weiße Teil des Auges erscheint rot oder rosa, daher der Begriff rosa Augen. Virale und bakterielle Binderhautentzündungen sind sehr ansteckend und da sie am häufigsten bei Kindern auftreten, ist es schwierig, Kinder davon abzuhalten, beide Augen zu infizieren. Im Allgemeinen beginnt die Infektion an einem Auge. Da sie jedoch schmerzhaft und juckend sein kann, kratzen Kinder häufig am infizierten Auge und berühren dann das nicht betroffene Auge. In der Schule und in Familien mit mehr als einem Kind springt die Krankheit häufig von einem Kind zum nächsten. Kinder mit viraler oder bakterieller Konjunktivitis sollten die Schule erst besuchen, wenn sie behandelt wurden und nicht mehr als ansteckend gelten. Obwohl häufiges Händewaschen die Ausbreitung verhindern kann, ist es in der Schule nicht immer möglich. Viren und Bakterien können sich ausbreiten, wenn ein Kind die Hand eines anderen berührt, nachdem es ein betroffenes Auge berührt hat, oder wenn ein nicht infiziertes Kind mit Oberflächen, Papier oder Gewebe in Berührung kommt, die ein infiziertes Kind berührt hat. In der häuslichen Umgebung sollte ein Kind mit dieser Erkrankung genauer beobachtet werden, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu vermeiden. Es ist eine gute Idee, alle weichen Oberflächen, auf die das Kind trifft, abzudecken und die ausgestopften Tiere für einige Tage wegzulegen. Wenn Sie die Handwäsche unterstützen und das Kind genau beobachten, um zu sehen, ob es das betroffene Auge berührt, kann dies die Ausbreitung auf andere Familienmitglieder verringern. Häufige Viren wie die jährliche Grippe oder einfache Erkältungen können eine virale Konjunktivitis verursachen. Das Vorhandensein einer Entzündung sollte ein Zeichen sein, um den Arzt zu warnen, da Pinquire bei Kindern oft eine Ohr- oder Nasenebenhöhleninfektion bedeuten kann. Behandlung für bakterielle und virale Formen sind Augentropfen, die zwei- oder dreimal täglich angewendet werden. Der Bakterientyp klärt sich normalerweise einige Tage nach der Behandlung auf, eine Viruserkrankung kann jedoch bis zu zwei Wochen andauern. Eine bakterielle Binderhautentzündung kann durch eine vorläufige virale Binderhautentzündung hervorgerufen werden oder alleine auftreten. Häufige mit Pinquire assoziierte Bakterien sind Streptokokken und Staphylokokken. In seltenen Fällen können Babys, die den Geburtskanal passieren, von einer nicht diagnostizierten Mutter Gonorrhoe oder Chlamydien bekommen. Dieser Typ ist weitaus schwerwiegender, da er zu dauerhaften Augenschäden führen kann. Die Konjunktivitis bei einem Neugeborenen sollte immer einem Arzt gemeldet werden. Drei bis vier Wochen alte Säuglinge können sich auch mit kleinen Augen präsentieren, wenn sie Tränenwege verstopft haben. Wenn der Zustand anhält, kann eine kurze Operation die Tränenkanäle öffnen, um den Augen die Möglichkeit zu geben, Flüssigkeit abzulassen. In den meisten Fällen müssen verstopfte Tränenwege nicht operiert werden, und die Tränenkanalmassage wird täglich angewendet, um die Blockade zu verringern. Eine durch Allergien hervorgerufene Bünderhautentzündung ist zum Glück nicht ansteckend, es sollte jedoch trotzdem ein Arzt konsultiert werden, um festzustellen, dass sie nicht infektiösen Ursprungs ist. In den meisten Fällen behandeln die Behandlung der zugrunde liegenden Symptome und die Verringerung der Exposition gegenüber bekannten Allergenen diese Form von Pünpeil. Ärzte werden wahrscheinlich Antihistaminika verschreiben, um Entzündungen zu lindern. Die Erholungszeiten einer allergischen Konjunktivitis hängen von der Wirksamkeit der Antihistaminika und der Fähigkeit ab, die von Histermen provozierenden Situationen Betroffenen zu entfernen. Einige mit saisonalen Allergien leiden jedes Jahr unter einer leichten Entzündung, die abnimmt, wenn Allergene in der Luft seltener werden.